Es gehen schon viele Leute vorbei, aber meine Stimme können sie alle. Also wenn sie das Gesicht nehmen können, habe ich die Stimme. Und wie würdest du die aktuelle Situation im Film einschätzen? Jetzt haben wir schon ein bisschen geredet über das, was nicht mehr geht, aber wie schaut es sozusagen mit dem aktuellen Film in Deutschland, in Österreich aus, im Unterhaltungsbereich, was ist dann möglich? Ja, es ist möglich, es ist natürlich viel leichter geworden als zu meiner Zeit. Also zum Beispiel, wenn ich meine letzten großen erfolgte Traumatests gemacht habe rund um die Welt, dann haben wir einen Kran mitgehabt für die Totalen. Der war 8 Tonnen, also 8.000 Kilo hat der Kran gehabt. Den haben wir für jede Totale müssen aufbauen. Da waren fünf Beleuchter, vier Stunden. Heute hast du eine kleine Drohne, der sträht die Drohne hin, der fährt vom Zaun aus, macht eine Totale in zwei Minuten, die schönste Totale dabei. Zähne